hallo grüßt euch zu einem neuen video hier auf youtube heute gehen wir mal ein bisschen rein in so das kanalleben inside und auch ein bisschen in kommentare die mir in den letzten drei jahren hier auf dem kanal immer wieder begegnet sind und diese kommentare sich auch fast schon als running gag durch fast alle video folgen dementsprechend durchziehen klar es gab hier auf dem kanal viele viele video folgen es gab viele viele aufrufe es sind millionen aufrufe dahinter also ich bin da echt richtig hype und ich freue mich richtig dass es so läuft auch noch mal ein dickes danke an euch alle da draußen gibt aber für mich immer so ein bisschen so ja mehrere kategorien von kommentaren stufe ich es auch dann immer wieder ein ganz viele kommentare und das ist 99 prozent aller kommentare die sind wirklich hilfreich die helfen anderen weiter und die machen auch wirklich sinn wenn sie künftig ausformuliert sind alles gar kein thema finde ich richtig mega cool da kommen paar kommentare immer dazu um die geht es aber auch nicht wo ich denke viele auf dem sofa einfach einen kommentar schreiben sich aber gar nicht im thema nah genug dran sind oder gar oft genug überlegen was hinter jedem anderen oder solchlichen video einfach mal schreckt oder produkt auch steckt okay das ist einfach so damit kann ich auch gut leben kann man auch dann irgendwie einstufen jetzt aber die kommentare die in drei jahren hier auf dem kanal ich fast unter jedem schrauber video oder unter jedem zweiten video auf jeden fall einen dieser kommentare finde fangen wir einfach mal mit diesem kommentar an den ich eigentlich als randingag für mich persönlich sehe das ist das thema dreherum im schlüssel dieses teil hier und schrauber folgen ich sage immer wieder unter vielen video folgen wenn ich schraube passt auf dreherumente anziehen und 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 gerade im carbon rahmen nach fest kommt ab und 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 weil ich auch um die sorge weiß dass ein dreherumente im gefühl zu haben nicht ganz so einfach ist für einen schrauber profi mit sicherheit weniger das problem da weiß man was ungefähr zehn newtonmeter sind ich denke aber für jeden der nur gelegentlich schraubt sollte es einfach vielleicht ein gutes tool sein aber auch für die gewissheit dass es wirklich so ist auch für den profi denke ich ein wichtiges tool und die werkstätten ziehen ja auch auf dreherumente ihre schrauben alle an es gibt dann wieder gruppen die sagen brauche ich überhaupt nicht ich war es mit der hand aber darum geht es heute auch nicht im kommentar geht um den kommentar wenn ich mit dem dreherumente schlüssel schon nur den gedanke an äußere eine schraube aufdrehen zu wollen kommt schon der kommentar mit ihm dreht man keine schrauben auf sondern schrauben auf dreherumente zu und dann macht auch ein bisschen letzten ruck und der rest machen normalen ratsche und er ist nur da dafür da um einfach das dreherumente nachher noch zu kontrollieren und sonst war nix diesen kommentar unter vielen folgen verstehe ich sogar viele berufsmetaller die mit diesem thema umgehen und die mit dem thema beruflich jeden tag zu tun haben und die eine werkstatt haben mit dem riesen werkzeugpark auch kassettbereiche finde ich völlig klar da habe ich mehrere solcher ratschen und dreherumente schlüssel kann ich also auswählen ich drehe die schraube erst einmal ganz entspannt an und dann mache ich mit ihm hier die kontrolle und mache alles dann in diesem moment noch passend zu ja muss man auch mal sehen wir sind hier ein bisschen im eher privaten umfeld hier auf dem kanal unterwegs es geht auch darum der familienvater zu hause der hat keine zehn ratschenkästen zu hause und hat halt kauft sich dann halt mal von seinem budget wo er fürs radfahren bekommt vielleicht sich sogar mal so ein vera schlüssel und sagt cool der gefällt mir macht bock dann muss er halt eben auch eine schraube aufmachen und genau so geht es mir halt einfach auch klar habe ich hier auch noch ein zweit dritte ratschen zur not da liegen logisch wenn die aber einfach da liegt und man sie eh dann hat dann nimmt man sie halt auch und ich glaube dieses professionelle denken dass es das werkzeug ja nur dafür da ist dass manche auch wirklich so handhaben und auch völlig legitim ist es gar keine frage von mir bestreite ich auch überhaupt nicht nur das normale leben holt einen oft genug ein dass man halt einfach sagt komm okay ich habe es da liegen ich habe nur den einen und da gibt es viele und dann muss ich auch mit dem einfach schrauben lösen und zum zweiten dass vera hier oben umschalter hingemacht hat für links und rechtslauf und ja nur im rechtslauf aus dem linkslauf nur schrauben lösen kann zeigt für mich auch dass vera auch oder die hast du auch dementsprechend sagen in gewissen punkten zum gewissen lösen kann man sie auch nehmen klar für eine schraube die jetzt festgegammelt ist und die ich mit x juden mit losreißen muss dann bitte nicht gar keine frage nur um sattelklemme zu lösen okay dafür nicht diese kommentare ab und zu auch klein bisschen am thema vorbei dann gehen wir auf einen kommentar ein oder auf eine kommentar gruppe ein die wiederum auch wiederum geschrieben wird oftmals und ich glaube gar nicht gedacht wird wie man mit dem fahrrad einfach jeder persönlich umgeht und auch fährt für mich wie ihr im kanal wisst ist das fahrrad normales verkehrsmittel und ich komme damit auch von a nach b und ich fahre je nachdem wie die wetterlage ist 365 tage mit dem fahrrad meine alltagsgeschäfte die ich so machen muss oder termine kriege ich im fahrrad dementsprechend wunderbar hin klar da gibt es mal tage mit glatteis dann fällt halt mal ein tag aus bei minus 20 grad ok kann man es auch mal ausfallen lassen aber ich fahre relativ viel immer sind im monat zur runde 1000 kilometer die ich mit dem bike runterreiße und dann immer wieder unter jeder zweiten schrauber folge auch wieder ein klassisches running gag thema dein rad ist ja dreckig du musst putzen bevor du da irgendwas dran schraubst ja sagte hier auf dem kanal wie gesagt entstehen im jahr hier welchen jahr waren es irgendwas 52 video folgen davon waren es x schrauber folgen die werden hier halt produziert die mache ich für euch und dementsprechend habe ich halt das fahrrad wenn ich hier her fahr sieht es halt mal aus dass ich jetzt vor jeder dieser 250 folgen mein fahrrad vorher putze das geht nicht immer a ist mal winter sprich es ist aber im hof draußen kalt und glatt werden aber auch zum zweiten habe ich einfach oftmals auch nicht jeden tag bock das fahrrad zu putzen weil es nämlich ein alltagsgegenstand ist für mich die putz routine so einmal in der woche und dann wirklich gründlich und das alles schick und wahrscheinlich putze ich dann noch mein fahrrad mehr als manch andere trotz allem ihr müsst einfach sehen hier auf dem kanal geht es um ganz normales privates oder ganz normales leben wie ich mit dem fahrrad umgehe wie ich nutze auch im alltag und dementsprechend ist auch meine schrauber folge wo ein bike nicht ganz poren tief rein ist weil es ist kein showbike es ist das fahrrad mit dem ich auch im alltag dementsprechend meistens unterwegs bin und deswegen kann da auch mal dreck dran sein und da putze ich es vor einer kleinen schrauber folge nicht so wirklich wenn es klar im dreck steht dann macht man das schon das ist ja gar keine frage aber der kommentar ist auch immer ganz cool und wird immer oft geschrieben auch von dem hintergrund gar nicht so wirklich weiß dass ich gerade vor zehn minuten mit dem fahrrad hier zum büro gefahren bin dann ein kommentar gruppe die in den letzten drei jahren von diesen drei running gag kommentaren immer wieder rauskamen das ist das thema wenn in deutschland ich glaube 80 millionen germanisten so habe ich das gefühl oftmals man muss sich hier ein bisschen aus so ein alltagsleben vorstellen man macht ein video man macht es fertig man schneidet es man cuttet es eine video folge dauert je nachdem was es für einen umfang hat eine schrauber folge mal ein zwei tage produktionszeit eine laber folge wie diese ein halber tag wenn überhaupt egal sei es darum aber es ist immer ein gewisser arbeitspunkt dahinter den man einfach auch hat und nach gewissen kopfstress den man irgendwie hat am ende von allem heißt dann noch hochladen heißt noch die beschriftung machen die ganzen sonstigen kategorien festlegen und 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 das unterschätzen die meisten was dahinter noch nach dem produzieren an arbeit ist und nach dem hochladen beschreibung schreiben und 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 jetzt schreibt man mal so im jahr 250 bis kanalbeschreibung oder video beschreibungen und überlegt sich 250 videotitel und 250 thumbnails zu machen dann passiert dann gelegentlich mal so vielleicht jedes zehnte zwanzigste mal dass mal irgendwann ein kleiner deutschfehler oder ein kleiner schreibfehler hineinrutscht ich glaube ich habe noch keine video folge erlebt wo nicht irgendeine aufgefallen ist dass nicht irgendwo ein punkt in der beschreibung am falschen platz sitzt das ist mir auch egal damit muss derjenige dann auch leben wenn es ein größerer schnitzer ist einfach mal ein ganzer buchstabe fehlt in der beschreibung finde ich es auch okay wenn ein kommentar kommt du findest immer echt cool die kommentare werden dann immer so geschrieben von oben herab dass der kommentarschreiber immer weiß wie man jedes wort dann schreibt und sich gern vorstellt was im hintergrund passiert wo auch mal der kopf wo anders sein könnte und wo einfach mal aus der routine raus ein fehler einfach passiert und da vielleicht die 90 millionen oder 80 millionen germanisten durch das haben die dann alle immer toll korrigieren können finde ich immer dann schon lustig und diese kommentare amüsieren mich mittlerweile auch schon und mir wird es nichts ausmachen wäre es eh völlig egal diese kommentare aber ich finde es dann schön wenn man schreiben würde du björn du hast in der beschreibung ein i vergessen das sehr das sagen oh danke für den tipp ich ändere es gleich ab kommt aber dann zurückgeschrieben mindestens ein fünf bis zehn zeilige oder ähm setzige ähm kommentar beschreibung wann man wie welchen buchstaben setzt das finde ich immer so spannend weil es auch so unnötig ist und dass sich menschen überhaupt die arbeit machen sich dann da dafür anstelle ein satz zu schreiben du hast da ist der buchstabe falsch hast ist aufgefallen schon nee da schreibt man zehn zehn sätze wie man das richtig macht da müssen manche menschen doch noch viel zu viel zeit haben in manchen kommentaren haben eh viele menschen viel zu viel zeit und es wäre mit einfacheren wenigeren worten oft besser zu lesen und da kommen schon an den punkt zurück jetzt waren wir bei diesen extremen germanisten und da kommen wir an den punkt wo ich immer was dann zu bemängeln habe wenn kommentare geschrieben werden wie gesagt ich sagte 90 prozent aller kommentare sind cool und die sind auch alle produktiv bringen auch alle irgendwas aber es gibt oftmals kommentare die werden geschrieben ohne punkt und komma ohne groß und kleinschreibung da sind wir von diesen mini fehlern weit entfernt zum lesen echt brutal sind und ich glaube sie sollten sich mal alle die die kommentare schreiben sich überlegen der was lesen muss muss es lesen und muss es auch verstehen können und manche kommentare lese ich dann schon dreimal oder gebe es irgendwann auf weil ich dem satzbo einfach nicht folgen kann oder ohne groß und kleinschreibung und fehlende buchstaben drin sind das sind dann wiederum genau das gegenteil was ich nicht schön finde und ich glaube ein gesundes vernünftiges maß ist halt mal ein fehler drin der darf man auch gerne behalten aber es sollte einfach dann generell auch noch lesbar sein muss ich da auch mal sagen im gegensatz was immer witzig ist wir haben 80 millionen germanisten aber ich lese viele kommentare die sind ab und zu unterirdisch geschrieben so hätten klein bisschen reinen kleiner ausflug in mein erfahrungsleben mit running gag kommentaren die mir immer wieder unter allen video folgen begegnen das belastet mich jetzt auch nicht ich finde es auch nicht wirklich schlimm mittlerweile für mich echt amüsierend im ersten halben jahr denkt man darüber nach auf dem kanal leben wenn diese kann in die kommentare immer wieder kommen mittlerweile sage ich okay ja spannend hacks einfach ab und lass es einfach so sein deswegen kürze einfach dazu also für alle die die mit youtube starten möchten die werden genau auch solche running gag kommentare nach branche dementsprechend haben wobei die germanisten problematik die wird wahrscheinlich jeder youtuber irgendwann früher oder später themen sprechen haben soweit diese kleine folge lasst noch ein abo da lasst noch ein like da und bis nächsten mal macht's gut und bis dann tschau